Hey Leute, ich bin's Conny und heute verschenke ich mal wieder ein paar Robux an meine Stream-Zuschauer. Das war jetzt eine ziemlich spontane Aufnahme mit einem Livestream am letzten Mittwoch. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Viel Spaß! So, gekauft. Und dann gehen wir weiter. Hi Conny, hi Veranix und dann gucken wir mal, ob ich dir was donaten kann. 25 Robux klingt auch angemessen. Würde ich mir so ein schönes Shirt... Das könntest du auch mal tragen, ne? Das würdest du ein bisschen... Ne, du bist ja gar... Okay, alles in Ordnung. Dann haben wir noch... Oh, ich kann den Namen gar nicht lesen. Chaos Maximus, I guess. 45 Robux ist ein bisschen viel, Bruder. Aber komm, machen wir einmal. Einmal machen wir das. Wie gesagt, ich möchte eigentlich meine Robux aufsparen für einen größeren Stream wieder. Aber da ich Samstag nicht Robux verschenke, kann ich jetzt mal ein bisschen was hergeben. Die sind auch nicht geankert. Ich liebe es. Einfach nicht geankert. So wie es sein muss. Und dann geht's weiter zu dir. 30 Robux, auch wieder eine Menge. Kann ich aber gönnen. Für eine Donation mit einem sehr interessanten Vorschaubild. Bitte sehr und dann gehen wir weiter zum nächsten Stand. Hallo Stream, hallo Tomte020. Mal gucken, was ich dir geben kann. Ja, dann werde ich jetzt wohl die 10 und die 5 Robux mir holen. Weil 50 ist dann doch ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, ob ich genug Robux habe, um jeden hier 50 zu donaten. Also werde ich einfach zweimal hier 5 donate... Äh, hier einmal 10 und einmal 5 donaten. Hab alle deine T-Shirts und hallo Stream. Ja, äh... Für alle meine T-Shirts hast du sicher nicht, weil die meisten meiner T-Shirts, die sind in der Club-Based-Gruppe zu finden. Ich komme in den Server nicht rein. Nicht so schlimm. Ich werde irgendwann nochmal einen größeren Stream machen, indem ich auch auf mehrere Server gehe und dann auch ein bisschen mehr donaten werde. Das hier ist ja jetzt ein kleiner Stream für zwischendurch. Wenn du willst, kannst du spenden. Ja, ich will spenden. Ich würde sagen, ich spende dir erstmal die 20 Robux hier. Metal Donation kaufen, ja klar. Und dann noch die 10 Robux. Aber ich finde es schön, dass bis jetzt... Jetzt ist der Fall eingetreten, aber bis jetzt jeder auch etwas in seinem Stand drin hatte. Bitte Robux bin in der Gruppe drin. Warum hast du dir denn bisher noch keinen Game Pass erstellt? Ich wette, du bist nicht lang genug in der Gruppe drin. Aber ich gucke mal nach. Du bist tatsächlich lang genug in der Gruppe drin. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dann drücke ich hier auf Okay. Und du bekommst von mir dann 35 Robux. Bitte sehr. Gib sie nicht alle auf einmal aus. Spar einfach, bis du dir irgendwas Größeres leisten kannst. So, bitte spenden. Klar spende ich. Kein Problem. Und die anderen Leute, die Robux übrig haben und mir die ganze Zeit hinterher rennen, die können gerne auch mal spenden. Das wäre nämlich ziemlich nett, wenn ihr auch grundsätzlich mal anderen Leuten hier spenden würdet in dem Spiel. Die Booth ist frei. Wer auch immer sich diese Booth hier claimt, braucht am Ende nicht rumheulen. Ich habe nichts gekriegt, weil ich gehe eine Booth nach der anderen durch. Wenn andere Leute lieben und dann andere Leute reinkommen, dann habt ihr Pech gehabt. Wird mir leid. Aber wir gehen jetzt zum nächsten Booth. Dennis Brody. Okay. Meinetwegen. Ich verstehe aber immer noch nicht, warum du dir keine Game Pass erstellt hast. Ich meine, es war ja ziemlich eindeutig bisher erklärt. Zeige ich euch auch einmal. Hier ist Dennis Brody. Gehe ich auf Okay. Und du kriegst von mir dann auch 35 Robux. Bitte sehr. Und ihr seht hier oben auch schon, meine Robux neigen sich dem Ende. Ich habe nur noch 479. Also kann ich mir nicht mehr so viel leisten. So, Spider-Martin. Du warst vorhin auch im Pet-Sumulator drin. Dann kaufe ich mir von dir ein Bild von einem Sword. Meine Verbindung ist getrennt. Das Leben ist hart. Nicht wahr? Und dann hole ich mir noch den Cloud Game Pass, I guess. Für 6 Robux. So. Hier hat noch jemand jemanden donated. Das ist doch schön. Dann gehen wir hier ran. Ah. Ein bisschen teuer, die 50. Ich hole mir hier lieber das für die 10 Robux. Bitte sehr. Scroll dann noch ein bisschen nach unten. Und hole mir dann noch die zwei anderen Sachen für jeweils 4 Robux. So. Ach, den Artikel habe ich bereits. Hast du den per Hand hinzugefügt, dass er doppelt drin ist, oder wie? Dann vielleicht die Sache für 2 Robux. So, das ist dann geschehen. Ja, an die Frage, wie lange dauert das eigentlich, bis ihr die Robux bekommt? Das dauert ein paar Tage. Die Robux sind, sobald ihr sie donated bekommen habt, sind die erstmal pending für ein paar Tage. Das kann bis zu eine Woche dauern. Und dann kriegt ihr die Robux auch gutgeschrieben und könnt sie verwenden. Stream, dann donate ich hier einfach die 10 Robux. Auf die Frage von xxoffboy aus dem Chat, verschenkst du Robux heute? Ähm, nein. Ich verschenke heute keine Robux. Denn Robux verschenken finde ich ziemlich lächerlich. So, und dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Stand. Verschenke hier 20 Robux. Und dann hier auch nochmal 20 Robux. Please donate. Kein Problem, mache ich gerne. Und dann sind wir auch bald durch. Hier geht es jetzt einmal um die Ecke. Hast noch keine Shirts? Ich glaube, bin nicht in der Gruppe drin. Hab dich auch erst neulich entdeckt. Ja, dann tut es mir leid. Man muss, hat mir Craft am letzten Stream gesagt, tatsächlich zwei Wochen drin sein in der Gruppe. Dann tut es mir leid. Du könntest versuchen, noch einen Game Pass hier hinzuzufügen. Wie gesagt, du stellst dich einfach vor das Ding, drückst E und dann fügst du die ID von deinem erstellten Game Pass ein. Aber, ja. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dann Robux verschenke im Stream, hast du es bestimmt geschafft. Also geht es dann weiter zu meinem Stand und mir kaufe ich natürlich alles ab. Oh, warum steht da, dass ich das kaufen kann? Das ist mein eigenes Shirt. Warum kann ich mein eigenes Shirt kaufen? Roblox ist einfach broken heute. Das Ding besitze ich bereits, aber mein eigenes T-Shirt nicht. Warum kann ich mein eigenes T-Shirt kaufen? Roblox hat heute Probleme. Ich meine, hier bei dem Stand hatte ich ja das auch. Das hier, dieses 30 Robux-Ding steht hier, dass ich das schon besitze. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht besitzen kann. Naja, ich bin hier jetzt auf jeden Fall durch. Oh, danke, wer auch immer an mich jetzt donated hat. 7 Robux, Dankeschön für die Donation. Dann habe ich immerhin 7 Robux mehr, die ich beim nächsten Mal donaten kann. Oh, ich wünschte hier jetzt schon das Update draußen. Dann würde die Map ein bisschen schöner aussehen. Naja. Kauf, kauf, kauf. Nein, ich kaufe doch nicht mein eigenes T-Shirt. Ich bin doch nicht blöd. So, etwas später im Livestream wollten die Leute immer noch unbedingt, dass ich ihnen Robux schenke. Ich hatte aber nicht mehr so viele Robux übrig. Und wie gesagt, ich spare für den nächsten großen Verschenken-Stream. Dementsprechend habe ich dann eine Art Contest draus gemacht. Wenn ihr unbedingt Robux von mir haben wollt, dann schreibt jetzt mal irgendwas an den Stand, was mich überzeugt. Dass ich euch jetzt noch Robux gebe. Ich habe nicht mehr viel Robux. Also die restlichen, die ich habe, die gehen dann an den Zuschauer, der mich jetzt auch überzeugt, dass ich ihm donate. Also klemt euch einen Stand, denkt euch irgendwas aus und dann gehe ich die Stände durch. Und dann müssen wir entscheiden. Bei meiner habe ich, glaube ich, Heyo, Minecraft-Freunde. Genau, das ist meine Booth. Und dann gehen wir mal hier hin. Heyo, Minecraft-Freunde. Ich hatte noch nie Robux. Danke dem, der mir donatet. Danke, PS. Du bist der beste YouTuber. PPS, der beste YouTuber der Welt. Das ist jetzt nicht wirklich überzeugend. Ich wollte eigentlich, dass ihr was Überzeugendes schreibt und nicht einfach nur battelt. Na komm, du kannst hier so einen kleinen Betrag. Fünf Robux kannst du haben. Ultimativer Conny-Pass. Oh, den brauche ich sowieso. Ich hoffe, dass wenn ich irgendwann in dein Spiel reinkomme, dass ich dafür dann auch den ultimativen Conny-Bonus bekomme. Okay. Cooler. YT-Conny. Okay. Das war jetzt nicht überzeugend. Bitte. Hat mich auch nicht überzeugt. Weiter geht's. Bitte donate mir. Hier, ich habe keine Robux. Ich habe keine Robux mehr. Ist kein gutes Argument. Tut mir leid. Ja, komm, einmal fünf Robux, aber ich will eigentlich, dass ihr mich jetzt mit irgendwas umhaut. Bitte spenden. Darf mir keine Robux kaufen. Booth is free. Das hat mich überzeugt. Nur leider hat die Booth hier wohl noch keiner geklemmt. Also gehen wir weiter. Felix ist schmutz. Da bin ich dabei. Da bin... Besitze ich bereits. Oh, da habe ich schon mal donated. Dann hier wieder removed. Und jetzt sollte es klappen. So, jetzt gehen wir rein. Kaufen. Und es funktioniert. Jetzt kann ich sie mir wieder kaufen. Bei so einem guten Argument, da kann ich auch gerne ein zweites Mal donaten. So. Bitte sehr. Gar kein Problem. So. Abo schon lange. Seit Monaten. Noch nie Roblox. Ähm. Keine Ahnung. Hat mich nicht überzeugt. Weiter geht's. Hi. Oh. Hm. Hm. Eh. Deine Videos sind mega toll. Da haben leider keine Robux. Würde mich aber freuen. Äh. Äh. Nehme ich eine 2 Robux Donation. Weil das hat mich nicht wirklich überzeugt. Ich bin nicht reingekommen. Wollte reinschreiben. Conny ist viel cooler als Felix. Du. Ideen von anderen Clown überzeugt mich auch nicht. Ich brauche hier schon originelle Ideen. Ich bin selbst nicht überzeugt. Ja. Ich auch nicht wirklich. Tut mir leid Tomto. Das ist jetzt auch ziemlich abgekupfert von vorhin. Zwei. Oh. Das ist ein gutes Argument. Zwei. Da. Muss ich donaten. Zwei. Finde ich absolut Bombe. Spion Paschs. Hohle ich mir. Perfekt. Irgendwas. Irgendwas überzeugt mich nicht wirklich. Ich brauche Robux um Spiele bauen zu können. Zum Beispiel für Abzeichen. Brauchst du nicht mehr. Abzeichen sind ab jetzt kostenlos. Es kostet inzwischen gar nichts mehr. Schon seit einer Woche oder zwei. Ähm. Möchte ein Spiel machen wofür ich Robux brauche und es wird so ein Spiel wie Bad Wars. Es gibt schon so ein Spiel wie Bad Wars und ich glaube nicht dass es besser wird. Und ich weiß nicht wofür man Robux braucht um ein Spiel zu machen. Es sei denn man will jemand anderen Robux bezahlen um es für einen zu machen. Ich bin im Stream dabei. Sorry. Ist nicht überzeugend. Du bist der beste YouTuber den ich kenne. Ich kenne da bessere. Okay. Ihr könnt spenden um ein Spiel zu verbessern. Der Link ist im Profil und ich will dein T-Shirt kaufen. Felix ist schmutz. Sorry. Die Idee ist auch inzwischen schon ausgelutscht. Die hat 100.000 Robux. Der kommt safe nicht aus dem Stream. Aber Bro. Da ist noch auch ein T-Shirt jetzt. Aber er steht hier. Und wartet. Hey ho Minecraft Freunde. Das hat mich überzeugt. Nur leider war das mein eigener Stand. Ich gehe jetzt noch einmal hier. Ist nicht so geil. Du bist besser. Spiel mal wieder die Ball Fun Obby. Die Ball Fun Obby könnte ich eigentlich auch spielen. Die hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da kann ich gleich reingehen. Willst du noch lange donate das? Ne ich werde hier gleich rausgehen. Das hat mich nicht überzeugt. Hier zweiter Versuch bitte. Hat mich auch nicht überzeugt. Und naja. Schade. Ja tut mir echt leid. Die meisten Stände konnten mich nicht überzeugen. Die größte Überzeugung ging von diesem Stand hier aus. Da habe ich dann gerne noch ein zweites Mal rein donatet. Und von dem da hinten. Das ist natürlich der allerbeste Stand von allen. Hier der Stand von 20. Ne 2010 Spiel und 2010. Besser geht es eigentlich gar nicht. Kannst du mehr mal heute Robux verschenken oder nur der Server? Ich habe heute schon Robux verschenkt und wollte keine mehr verschenken. Ich habe das jetzt noch gemacht von wegen, wenn mich irgendwer von euch richtig überzeugt, dann bin ich dabei. Sehr überzeugend waren die meisten Stände nicht. Also ihr müsst euch fürs nächste Mal vielleicht ein bisschen was besseres einfallen lassen. Aber bis zum nächsten Mal habt ihr auch noch lange Zeit. Ich kann jetzt noch einmal auf einen anderen Server gehen. Ah okay, hier sind die meisten Booths noch free. Loading Player Data. Booth is free, booth is free, booth is free. P- äh VIP. Aha, guter VIP. Please donate. Ähm, ja okay. Hier, hier donate ich gerne. Du bist wahrscheinlich nicht aus dem Livestream, aber da kann ich noch einmal rein donaten. Admin Sword und Donuts make me happy. Hast aber nichts, was ich donaten kann. Baum! Das ist doch mal überzeugend. Das ist das, was ich sehen wollte. So überzeugt man mich, dass ich donate. Perfekt. So, da kann ich hier für 10 Robux und dann nochmal für 7 Robux einen rauflegen. Und dann natürlich noch einmal für 5 Robux einen rauflegen. Ich würde sagen, das war erstmal genug. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!